Ich bin sehr glücklich, die Leute hier zu sehen. Wir sind hier wirklich herzlich empfangen worden. Das ist immer schön und das Team und ich waren hier immer ziemlich erfolgreich. Durch den Sturz einen Kilometer vor dem Ziel war alles sehr hektisch und chaotisch. Während des Rennens haben wir uns dafür entschieden, zu versuchen, auf der rechten Seite zu bleiben. Nach der kleinen Abfahrt vor der letzten Rechtskurve habe ich gedacht, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben, weil wir recht weit hinten waren. Auf der rechten Seite gab es nicht allzu viele Lücken, in die wir stoßen konnten, aber nach dem Sturz konnten wir glücklicherweise aufholen. Dann waren wir ganz vorne und Tom Velas hatte ein wirklich gutes Timing. Er ist die letzten Meter für mich im Wind gefahren und ich konnte noch ein wenig Kräfte sammeln und dann meinen Sprint durchziehen. Vielen Dank! Vielen Dank.